Moin, moin, moin Freunde! Bitte funktionier! Kennt ihr das, wenn Rolltreppen nicht funktionieren? Ich finde das ja super unangenehm, geschweige denn, wenn das so ein Laufband ist. Jetzt bin ich hier eingekesselt. Ich kann den ganzen Weg nach vorne zum Fuß gehen. Ich bin jetzt wirklich 40 Minuten durch die Stadt gekurvt, weil ich vom einen Ende zum anderen wollte, zu meinem Stamm-Fitness-Center. Und es ist aber ein Marathon, der dementsprechend jedes Mal, wenn es rüber wollte, war abgesperrt. Und jetzt bin ich einfach nochmal 20 Minuten wieder wo komplett anders hingefahren und probiert dieses Fitness-Center aus. Das wollte ich eh schon länger mal. Das ist weiter weg. Aber das soll dann wirklich so cool sein. We will see. Und hiermit, Willkommen zu neuen Malar! Vagokade! Und we're done again! Boah Leute, ich fühle mich einfach gerade so gut. Ich freue mich so, dass ich hergekommen bin. Welche Richtung muss ich denn jetzt? Da hinten, glaube ich. Ich hab echt schon überlegt, ob ich's heute lasse, weil das mir so erschwert wurde. Aber egal! Es regnet nicht, es ist gutes Wetter. Nicht einmal die 40-minütige Fahrt nach Hause kann mir jetzt meine Laune verdäumen. Es wird Frühling, wenn man wieder für die Terrassensaison ein paar Pflänzchen besorgt. Ich lieb's! Oh, cute! Aber die sind leider sehr, sehr sauer, hab ich die Erfahrung gemacht. Gott weiß, ob die überhaupt essbar sind. Uh, guckt mal! Das ist ja geil! 40 Euro. Und man hat direkt ein paar Zitronen dazu. Dann weiß man auch, dass die Pflanze funktioniert. Mams hat sich schon hingesetzt, Platz genommen, im schönen kleinen Kunstgarten. So ist es zumindest. Das hält minus drei Grad aus. Wow! Und die sind echt schön. Wie so Hibiskus ein bisschen. Oh, die hier ist super. Kommt direkt mit! Ich hab gerade eine Spinne gefunden, die Beute hat. Uh, jetzt hat sie's fein gelassen, Hilfe! Was halten wir davon? Sieht so ein bisschen aus wie so'n Pfeifenputzer. Aber süß! Was ist damit? Wow! Riesenhibiskus! Wie so Hibiskus ein bisschen. Kim Lian, YouTuberin, glaubt bei allem, was rot ist und K-förmig, dass es Hibiskus ist. Wow! Leute! Da ist wieder die altbekannte Alien-Blume, wie ich sie immer liebevoll nenne. Das ist doch nicht von dieser Welt. In Wirklichkeit heißen sie Passionsblumen. Hat mich meine Mama gerade aufgeklärt. Kim, was sagst du zum kleinen Rheinbäumchen? Absolut toll! Müssen wir nehmen! Ja, finde ich. Das ist riesig! Aber richtig cool, wenn man dann eigene Früchte hat. Eine winzige Kirsche! Oh ja, süß! Sind die essbar? Immer die einzige wichtige Frage für mich! Also dieser Baum hier, dieser große, der soll ein Ersatz werden für dieses vertrocknete Teil auf der Terrasse. Diese kleine Feige hier kommt in diesen Topp. Bitte einmal eine Runde Mitleid und Trauer. Das ist nämlich die Lampe gewesen, Leute! Dann haben wir hier schon die Lampe! Die Lampe! Also wir brauchen jetzt noch Himbeeren und wir brauchen noch irgendetwas kleines Süßes. Okay, let's go! Heilbeere! Uh, das ist bestimmt eine Kreuzung aus Brombeere und Himbeere, oder? Ich bin gespannt, wie die schmecken werden. Ich hätte gerne noch eine Jasmin, weil die riecht so gut. Wer ist hier Jasmin? So nicht? Oh, so eine Jasmin. Okay. Guckt mal, die sieht doch aus wie so eine kleine Giraffe vom Muster her. Die kommt definitiv mit. So langsam findet man gar keinen Platz mehr dafür. Und here we are mit dem Pflanzenaufzug. Das muss jetzt alles hoch auf die Terrasse geschafft werden. Wir sind back at it mit einem kleinen Workdate und Sabrina. Cheers! So, erste kleine Break mit einem wunderschönen Matcha. Wir haben Proteinriegel getauscht. Sie ist meine und ich erseh ihren. Nein. Ist geil. Der ist halt so möchte gern healthy mit Nüssen und so. Ich kann die auch mal unten verlinken. Und der hier ist richtig pervers. Also diese Sorte kenn ich noch nicht. Die ist angeblich die beste. Ich bin gespannt. Oh mein Gott, das ist ja next level. Da sind solche kleinen Crunches drin. Und es ist als wäre einfach so eine dicke Schicht Nutella noch drunter. Und jetzt worken wir aber weiter. Wow Leute, es ist richtig gut gelaufen. Es ist unfassbar, was man in drei Stunden gebacken kriegt, wenn man nicht zu Hause die ganze Zeit sich ablenken lässt von Handy und Co. Ich meine, wir plaudern hier zwischendurch sogar. Es geht trotzdem in drei Stunden genauso viel weiter wie in fünf Stunden zu Hause. Moin, moin, moin. Frisch geduscht. Ich sehe aus, als wäre ich nackt. Ich habe was an, Leute. Ich habe jetzt hier schon alles gepackt in meine riesen Sporttasche rein. Denn ich bin gleich mit Alice fürs Shooting für die neue Urban Pieces Sommerkollektion verabredet. Und ich dachte mir so, ich habe echt keinen Bock mehr jetzt alle Ausfits zu überlegen. Ich packe einfach alles ein und da ist diese Sporttasche hier perfekt. Ich habe wirklich meinen halben Kleiderschrank einfach da reingestopft. Passend zur wärmeren Jahreszeit haben wir hier auch ganz viele Bikinis. Und ich muss ja echt sagen, ich liebe meine Sommersprossen, weil ich eigentlich gerade derzeit viele Unreinheiten habe und die aber so ein bisschen kamouflagig zwischen den Sommersprossen verschwinden. Da kümmere ich mich dann aber gleich auch nochmal drum und frische es auf. So sieht die aktuelle Hautsituation übrigens aus. Egal, ich schmink mich jetzt noch fertig und dann muss ich eigentlich eh schon längst los. So, das ist jetzt Todays Fit für das erste Shooting. Ignoriert die Sachen auf der Treppe. Ich wollte so ein Favoriten-Drogerie-Video machen, aber irgendwie dachte ich mir dann voll lame und voll 2014. Ihr könnt ja mal kommentieren, ob ihr eine Idee habt. Let's go! Ich habe mich jetzt umgezogen für den ersten Schmuck-Look. Kleiner Behind-the-Scenes-Einblick hinter den Kulissen. Ich bin hier gerade auf einem portablen Klo. Ein bisschen sticky hier die ganze Angelegenheit. Nein, Spaß beiseite. Das ist das sauberste, in dem ich jemals war. Ich glaube, das liegt daran, dass es noch nicht so warm ist, dass da der Geruch wirklich nicht vorhanden war. Kommen wir zu leckeren Themen, nämlich zu dieser Fruity-Kette, Leute. Das ist jetzt der erste Look, den wir gleich schumpen. Wir sind zum Glück keine Leute am Start. Sonst ist das immer so ein bisschen peinlich, wenn man da am Posen ist. Und guckt mal. Von wegen hier fehlt das Meer. Es ist doch einfach nur traumhaft geguckt mit dem Boot. So richtig Karibik und Beach-Vibes. Oder Alice? Yeah! Los geht's! Die Summer-Vibes haben wir jetzt hier. Unsere wunderschöne kleine Bank. So beendet man ein erfolgreiches Team-Meeting. Hier haben wir noch Nachos on the side. Alice, bist du excited? Very excited. Yes! Hier kommt dann noch dieser Käse drauf, den haben wir extra vom Mexikaner uns besorgt. Bisschen Knoblauch. Boah, geil! Und drunter ist noch Reis und schwarze Bohnenpaste. Oh mein Gott, das ist einfach geiler als beim Mexikaner. Okay. Ich glaube, ich habe ihn wieder mal zu voll gemacht. Sehr geil. Mh, wirklich gut. Mh, mh. Wie immer beim Hauptkanaldreh sind vor mir schon die Sachen aufgebaut. Und ihr werdet nicht glauben, was ich austesten werde im Video morgen auf dem Hauptkanal. Das ist einfach mehr oder weniger die blaue Pille Viagra. Einfach auf Amazon bestellt. Und wenn ich wirklich die Eier dazu habe, werde ich mir auch die Haare färben. Brrrr. Ich ziehe mir vorher lieber nochmal was Dunkleres an. Und meine Kette mache ich auch weg. Ähm, Pieces. Neue Kollektion. Ist seit Freitag draußen. Das hier ist auf jeden Fall eines meiner absoluten Lieblings. Das ist so sommerlich mit diesen Früchten. Wir haben das auch nochmal ganz ohne. Es sind echte Perlen. Alles ist wasserfest und färbt nicht ab. Und es ist ein ganz verrücktes Gefühl, die Ketten, die man selber sich überlegt hat, in den Händen zu haben und tragen zu können. Ich verlinke euch meine ganze Ocean Breeze Kollektion auch mal unten in der Infobox. So, und jetzt ran an die Farbe. Okay, los geht's. Dann, bis jetzt. Bis jetzt. Vielen Dank.